Kommen eigentlich jetzt keine Maker-Videos mehr? Natürlich kommen noch Maker-Videos. Natürlich! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Aber ja, es kamen jetzt in letzter Zeit viele AI-Videos, aber natürlich kommen RPG-Maker-Videos. Und eigentlich auch ein bisschen so beides zusammen. Das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und noch viele weitere Sachen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Gut, erstmal zu der Frage. Kommen eigentlich jetzt keine Maker-Videos mehr? Doch, tatsächlich. Tatsächlich. Und das dauert aber noch einen kleinen Moment, okay? Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Aber ich zeige euch jetzt einen kleinen Ausblick, okay? Aber nur ein klitzeklein, was ich vorhabe. Wir gehen mal kurz zu Stable Diffusion. Jetzt fragt ihr euch, was? Nicht schon wieder die AI? Nicht schon wieder Stable Diffusion? Ja, aber ich habe euch was mitgebracht. R-M-MZ-Style-Beta-Checkpoint. Ich trainiere gerade eine AI für euch, die euch Face-Sets für den RPG-Maker-MZ generieren soll. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. Wir lassen das einfach mal nebenbei laufen. Ein paar Bilder generieren wir einfach mal nebenbei. Es läuft ganz alleine. Ich nehme jetzt mal Steps 40 und Batch-Count 50, dass wir 50 Bilder haben. Und dann gucken wir nachher mal durch, was wir so bekommen haben. C-G-Scale mache ich mal auf 11. Ja, 11 ist cool. Und ich drücke einfach mal auf Generate und lassen das Ganze mal durchlaufen. Und dann klären wir die anderen Themen. Und dann kommen wir hierher zurück. Und ihr werdet begeistert sein. Ihr werdet begeistert sein. Das ist aber nur die Beta. Egal. Let's generate. Gut, das Ganze läuft jetzt ganz von selbst. Und ich generiere jetzt einfach mal ein paar Bilder für euch. Während ich einfach mal ein paar andere Sachen anspreche. Steam Sale. Yay. Es gibt ein Steam Sale. Die RPG-Maker sind mal wieder im Angebot. 11,09 Euro für RPG-Maker-MV. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Ohne Witz. Für 11,09 Euro kann man eigentlich nichts falsch machen für den MV. Wobei ich den MZ empfehlen würde. Ich finde den MZ persönlich besser. Aber ist ja auch egal. Muss jeder für sich entscheiden. Okay. Die gibt es glaube ich auch im Bundle. Genau. Beide zusammen für 43. Ist dann schon ein bisschen... Ja. Muss man drüber nachdenken. Ob das Sinn macht. Aber gut. Ja. Aber bevor ihr losstürmt. Und die Dinger jetzt kauft. Und da überrasche ich euch jetzt alle. Nein. Aber meine ich eine. Bevor ihr losstürmt. Und jetzt welche kauft. Habe ich euch ein paar Geschenke mit. Steam Keys. Steam Keys. RPG-Maker 2003. RPG-Maker XP. RPG-Maker VX. RPG-Maker VX Ace. Und RPG-Maker MV. Von meinem Geld. Für euch. Und ihr könnt einfach mal die Steam Keys einlösen. Wer zuerst kommt mal zuerst. Löst einfach mal welche ein. Und ich denke mal. Da wird der eine oder andere glücklich sein. Schreibt in die Kommentare. Wenn ihr einen dieser Keys eingelöst habt. Wäre cool. A. Für die anderen. Dass sie wissen. Dass der Key schon weg ist. Und B. Auch für mich. Dass ich weiß. Wer sie bekommen hat. Würde mich interessieren. Dann kann ich auch. Ganz doll. Bitte. Bitte. Sagen. An diejenigen. Die es. Bekommen haben. Gut. RPG-Maker 2003. RPG-Maker XP. RPG-Maker VX. RPG-Maker VX Ace. Und RPG-Maker MV. Gebt einfach die Keys ein. Die ihr benötigt. Aber bitte nicht alle auf einmal. Gut. Danke sehr. Wobei. Warum sag ich danke? Ähm. Ja. Für eure Aufmerksamkeit natürlich. Gut. Ähm. RPG-Maker. Auf jeden Fall. Werden neue Videos kommen. Und. Ich freue mich auch schon drauf. Auf den neuen RPG-Maker. Unite. Unite. Ähm. Höp. Komm. Finde. Da ist er. Ähm. RPG-Maker Unite. Habe ich jetzt lange kein Video zugemacht. Zu RPG-Maker Unite. Aber. Er wird ja irgendwann rauskommen. Steht immer noch bald verfügbar. Da steht da irgendwie schon das ganze Jahr. Aber. Hey. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Release. Mehr oder weniger. Und. Da werden jetzt auch. Demnächst dann Videos folgen. Zu dem aktuellen Stand. Was alles so angekündigt wurde. Ähm. Habe ich mega Bock. Wird auf jeden Fall kommen. Und. RPG-Maker. Ganz großes Thema. Und ich liebe den RPG-Maker. Wird auf jeden Fall. Thema Nummer 1 bleiben. Auf meinem Kanal. Für. Solange wie ich YouTube mache. Okay. Für solange wie ich YouTube mache. Okay. Thema Nummer 1. Ähm. Es mag sein. Dass ich immer mal wieder andere Themen anspreche. Aber. Das sei dahingestellt. Gut. RPG-Maker. So. Haben wir das auch geklärt. Gut. Dann. Die Keys haben wir geklärt. Und. Der generiert ihn nur fleißig. Dann. Spreche ich noch mal kurz was anderes an. Ich würde gerne. Nächste Woche Samstag. Das ist der. Böp. 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 Vielleicht auch mehr. Je mehr. Desto besser. Schreibt hier bitte. In die Kommentare. Wenn ihr Bock habt. Fall Guys. Mit mir zusammen. Mit der Community zu spielen. Ihr müsst nichts. Besitzen. Außer. Das Spiel. Das Spiel gibt es. Auf. Allen Konsolen. Auf PC. Ähm. Ist Crossplay. Ihr könnt da einfach mitspielen. Ihr müsst nichts anderes. Nur das Spiel. Und einfach ein bisschen Spaß. Mit der Community. Ihr müsst kein Discord. Kein Mikrofon. Kein gar nichts. Ihr könnt natürlich auch. Mit mir im Discord. Dann ein bisschen quatschen. Während des Spielens. Hätte ich gar kein Problem. Freue ich mich drauf. Wenn ihr das machen wollt. Fall Guys. Hätte ich gerne mit euch gespielt. Ähm. Am. Dritten. No. Äh. Dezember. Dritter. Dezember. Okay. 21 Uhr. Dritter. Dezember. Fall Guys. Schreibt hier in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt. Ich zähle die Kommentare durch. Wie viele Leute Bock haben. Auf. Ähm. Auf Fall Guys. Und. Je mehr. Desto. Besser. Würde ich sagen. An der Stelle. Je mehr. Desto besser. Deswegen. Wenn es nicht genug werden. Werde ich was anderes streamen. Aber wenn es genug werden. So 20 plus. Fall Guys. Dann. Stream ich Fall Guys. Ansonsten mache ich was anderes. Entweder stream ich was anderes. Oder. Ich. Ja. Mal schauen. Okay. Dann mache ich. Vielleicht auch nichts mit streamen. Mache vielleicht was privat. Oder so. Gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Wie weit ist der jetzt hier mit dem generieren. Oh der ist gleich fertig. Sehr schön. Ähm. Und das alles einfach nebenbei. Während ich hier ein bisschen mit euch geredet habe. Das ist doch mega geil. Ich liebe AI Art dafür. Dass ich im Grunde nichts tun muss. Nee Spaß. Es ist schon ein bisschen was man tun muss. Aber. Ähm. Das ist eine andere Geschichte. Die AI hat sich ja nicht von selbst trainiert. Etc. Pp. Gut. Gut. Kommen wir zu der AI. Er ist fertig. Wunderschön. Ähm. Genau. Und da haben wir die Bilder. Kommen wir zu der AI. Perfekt. Perfekter Übergang. Guckt euch diese wunderschönen Bilder an. 50 Stück. Müssten das sein. Ähm. Hier sieht man alle. Auf einem. großen Bild. Ähm. Bild im neuen Tab. Dann können wir uns die mal alle angucken. Und. Da seht ihr. Die coolen Ergebnisse. Meiner. Trainierten. AI. Ist das nicht cool? Die könnte man alle. So. Na nicht alle vielleicht. Aber. Sagen wir mal. Seien wir mal. Jetzt. Ohne Witz. Seien wir mal ganz ehrlich Leute. Seid jetzt mal. Wirklich ehrlich. Sagen wir mal. 50 Prozent. Könnten wir auf jeden Fall. Jetzt schon verwenden. Und das ist erst die Beta Version. Okay. Das ist erst die Beta Version. 50 Prozent. Könnten wir jetzt denke ich mal schon im RPG Maker M Set einfach so verwenden. Ohne großes Tamtam. Genau. Ähm. Wie macht man das Ganze? Das zeige ich euch. Ist eigentlich ganz easy clap. Ihr wählt euch ein schickes Bild aus. Welches nehmen wir? Pupp. Pupp. Wir gehen einfach mal kurz durch. Ich suche mir mal ein schickes aus. Was mir wirklich sehr gefällt. Ähm. Das finde ich cool. Aber ne. Das finde ich cool. Doch. Das gefällt mir. Das finde ich cool. Dann einfach rechtsklick. Bild kopieren. Geht in Photoshop oder Gimp. Ist ja egal. Macht eine neue Datei. Ähm. 512 mal 512 Pixel Hintergrund Inhalt transparent erstellen. Dann einfach einfügen mit STRG V oder ähm Bild. Äh Quatsch bearbeiten. Einfügen. Ist klar. Dann machen wir den weißen Hintergrund raus. Zack. Ups. Stopp. Ähm. So. Zack. 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 Ähm. Schneiden uns das ein bisschen zurecht. Wir machen das mal. Nein. Das Glöckchen nehmen wir auch noch mit. Oder? Ja. Mach mal so. Oder? Ja. Das Glöckchen. Hm. Also so zur Hälfte. So. Ja. Nehmen wir es so. Versuchen wir es mal so. Gucken wir wie es aussieht. Ähm. Dann einfach Bild freistellen. Bild Größe. 1. 4. 4. Okay. Fertig. Unser Face Set für RPG Mega MZ. Das war's. Das ist easy. Oder? Easy Clap. Ähm. Ja. Vielleicht doch noch ein bisschen weniger. War ein bisschen zu weit rausgezoomt vielleicht. Machen wir wirklich mal nur so. Beistellen. Bildgröße. 1. 4. Kann man aber natürlich dann... Ups. Ich hab nicht ganz... Äh. Quadratisch. Egal. Mit gedrückt gehaltener Shift-Taste wird's quadratisch. Uuuh. Machen wir es so. Ist natürlich dann auch immer Geschmackssache. Ist klar. Bildgröße. 1, 4, 4. Es spielt auch keine Rolle. Ich will ja nur demonstrieren, dass es überhaupt geht. Okay. Ein bisschen weiter rechts. So. Dass das Gesicht wieder mittig ist. Okay. Ähm. Gut. Wenn ihr Interesse daran habt, so ein Face Set Generator zu haben. Und das ist ja echt cool. Das sieht mega cool aus. Komm. Gebt zu, Leute. Es sieht cool aus. Oder es sieht schon cool aus. Das muss man schon zugeben. Und das hab ich einfach mal so nebenbei gemacht gefühlt. Während ich mit euch geredet habe. Ähm. Brauche ich jetzt nicht speichern. Ne. Chip. Und weg Ware. Ähm. Und da hab ich jetzt einfach mal 50 Bilder generiert. Und davon kann man bestimmt die Hälfte nehmen. Also. Das ist auch cool. Das ist cool. Also ich find die mega cool. Die Bilder. Muss man halt halt ein bisschen zurechtschneiden. Dann muss man halt gucken. Man kann natürlich auch andere Sachen eingeben. Ähm. Es muss jetzt nicht Red Hair. Kann auch natürlich Blond Hair. Ähm. Nehmen wir mal die Twintails raus. Und Cat Ears können wir auch rausnehmen. Nicht jeder mag Cat Ears. Und Blue Eyes können wir drin lassen. Obwohl. Nehmen wir mal Green Eyes. Green Eyes. Let's go. Ähm. Und generieren einfach mal drei Stück. Machen wir mal drei. Hopp. Drei Stück. Und dann haben wir drei Bilder. Genau. Wann soll das Ganze rauskommen? Wahrscheinlich so. Sagen wir Mitte Dezember. Kommt die finale Version wahrscheinlich raus. Ähm. Wenn ihr Interesse habt. Schreibt es hier in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt. Die Beta vielleicht zu testen. Schreibt mich einfach mal auf Discord an. Dann gebe ich euch vielleicht mal die Beta schon. Und. Sieht ja ganz cool aus eigentlich. Ähm. Wie gesagt. So 50% kann man schon nehmen. Der ist ein bisschen blöd wegen dem schwarzen Hintergrund. Ähm. Aber. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Normalerweise macht er auch den White Background. Wenn ich hier White Background eingebe. Ähm. Normalerweise macht er das. Gut. Aber. So vom Grundprinzip her. Ähm. Funktioniert das sehr gut. Es ist wie gesagt noch eine Beta. Und. Es sieht noch nicht alles super gut aus. Und. Es funktioniert noch nicht alles super gut. Aber ich denke an euch. Es geht bei. Bei meinen Projekten auch oft um RPG Maker. Auch wenn ihr das nicht bemerkt. In dem Fall geht es auch wieder um RPG Maker. Bei der AI. Okay. Ich möchte dass ihr die AI für den RPG Maker verwenden könnt. Dafür möchte ich für euch AIs trainieren. Schreibt mir in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Wie findet ihr das? Nächster Punkt. In der Tagesordnung. Nicht jeder möchte die AI benutzen. Nicht jeder kann die AI benutzen. Aufgrund von. GPU Mangel. Vielleicht will man sich keine top moderne GPU leisten. Na gut. Was heißt top modern? Mittlerweile läuft das ja auch auf älteren GPUs. Aber egal. Nicht jeder möchte das. Ich werde euch viele Bilder vorgenerieren. Ich weiß noch nicht wie viele. Aber viele Facesets werde ich euch vorgenerieren. Und später bei anderen AI Modellen werde ich euch auch viele Bilder einfach mal vorgenerieren. Keine Ahnung. 100, 200, 300. Ich weiß es echt nicht. Je nachdem wie viel Lust ich habe. Setze ich mich mal nach mit der Kinn. Generiere euch einen Haufen Gesichter in dem Fall. Einen Haufen Facesets. Puzzle die zusammen. Und dann könnt ihr die einfach nur runterladen und verwenden. Komplett for free. Komplett gratis. Ohne die AI auf eurem Computer auszuführen. Ihr könnt einfach die Facesets, die fertig generierten, runterladen. Spaß haben. Ihr könnt eine, quasi eine kleine Bibliothek von mir verwenden. Okay. Und vielleicht wird die auch in Zukunft dann größer und anwachsen. Und, ähm, wäre doch cool, oder? Dann habt ihr immer wieder neue Bilder, neuen Content für eure RPG Maker Spiele. Ihr kommt aus diesem ewigen Trott raus, immer die gleichen Grafiken zu verwenden. Und immer die gleichen Grafiken vor allem zu sehen. Es stört mich persönlich auch langsam. Wenn ich immer wieder die gleichen Facesets sehe im RPG Maker. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, es sind nicht mal die Pixelfiguren, die mich wirklich stören. Da kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen was anpassen. Ähm, der ein oder andere kann das sicherlich. Ich kann auch gucken, ob ich da auch eine Pixelfigur AI generieren kann. Ähm, also trainieren kann. Aber das wird ein bisschen kniffliger. Aber, wie auch immer, wichtig, so viele Grafiken wie möglich austauschen, damit das nicht so Standard aussieht. Damit nicht jedes RPG Maker Spiel gleich aussieht. Das würde mir schon sehr gefallen. Und das ist eine Bereicherung für mich, eine Bereicherung für euch, eine Bereicherung für die RPG Maker Community. Ich bin Teil dieser Community. Ich möchte Teil dieser Community sein. Und ich denke, ihr möchtet das auch. Und ich denke, dass wir zusammen Hand in Hand gehen. Oder nicht? Ich denke schon, dass wir zusammen als Community stark sind. Dass wir uns gegenseitig unterstützen. Lasst einfach ein Like da. Abonniert mich. Aktiviert die Glocke. Ähm, teilt das. Gebt die AI weiter, wenn ihr sie habt. Teilt vielleicht eure Facesets, die ihr generiert habt. Habt einfach Spaß zusammen in der Community. Das ist doch das Wichtigste. Darum geht es. Und die RPG Maker Community ist so ein cooles Ding. Und ihr seid so coole Leute. Zu großen Teilen. Und ja. Man kann einfach vieles machen. Und nicht jeder kann eine AI trainieren. Das ist mir durchaus klar. Da braucht man halt eine High-End-GPU. Das ist mir durchaus klar. Oder man macht Cloud Computing oder so. Es ist mir durchaus klar, dass das nicht jeder kann. Nicht jeder will. Aber ich kann es für euch. Okay? Ich kann das machen. Schreibt mir in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Ähm. Ja. Es ist wie gesagt erstmal Beta. Und noch nicht eine Vollversion. Mir ist klar, dass die Ergebnisse noch nicht perfekt sind. Da wird auch noch einiges passieren. Ich übe. Das trainieren. Und das wird in Zukunft immer besser. Auf jeden Fall. Was auf jeden Fall cool ist. Der Style wird relativ gut übernommen. Der typische RPG Maker MZ Style. Das sieht schon echt nach MZ Style aus. Oder nicht? Was sagt ihr? Gut. Danke. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ihr Bock habt auf AI Modelle zum RPG Maker. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt auf Fall Guys mit der Community zusammen. Hey. Wie ich gerade gesagt habe. Wir sind eine Community. Wir müssen doch zusammenhalten. Da können wir auch mal eine Runde Fall Guys zusammen spielen. Oder nicht? Ihr bekommt hier ein AI Modell von mir gratis trainiert. Kostenlos. Einfach for free. Ich schenke euch RPG Maker Keys. Einfach for free. Da kann man auch mal eine Runde Fall Guys mitspielen. Auch wenn einem das Spiel nicht gefällt. Mensch. Wir sind doch eine Community. Wir halten doch zusammen. Oder nicht? Mensch. Macht doch mal einfach. Okay. Wenn ihr Bock habt auf Fall Guys. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr einen Key benutzt habt. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach was in die Kommentare. Was denkt ihr? Was fühlt ihr? Wie seht ihr das Ganze? Okay. Danke. Tschüssi Li.